schaut mal der arme husky sucht ganz halte nähe zu mir es ist 40 grad der arme husky bei 40 grad in dieser hitze muss er es aushalten ich habe mir jetzt gerade da wieder wasser hingestellt der ist einfach halter ich weiß gar nicht ob das huskys im sommer aushalten bei 40 grad ich hab hier wie er lebt essen liegt hier auf dem boden hier drin schläft er aber hier drin ist es so heiß es hält er nicht mehr aus